Herzlich Willkommen bei StudyheadTV. In diesem Video wollte ich euch was erzählen zum Satz von Steiner. Das ist quasi dann der Fall, wenn man das Flächenträgheitsmoment bestimmen will, und zwar nicht bezüglich unserer Hauptachsen. So, wir sehen jetzt hier unser Bauteil, und wir können es natürlich uns ganz einfach machen, indem wir unser Flächenträgheitsmoment zu den Achsen Z und Y bestimmen. Das wäre nämlich hier unten der Fall. Dann kennt ihr bestimmt noch diese Formel für ein Rechteck zum Beispiel, B mal H hoch 3 durch 12, für unser Flächenträgheitsmoment bezüglich der Y-Achse, und für unsere Z-Achse wäre das Ganze H mal B hoch 3 durch 12. So, das heißt, H und B stehen jeweils immer für die Höhe unseres Rechtecks und B für die Breite. So, das heißt, da war das immer noch recht einfach, da das nämlich bezüglich unserer Hauptachsen war. So, was passiert aber, wenn ich das Flächenträgheitsmoment bezüglich einer anderen Achse berechnen möchte, nämlich zum Beispiel wie in diesem Beispiel hier oben bezüglich der Achse Y, äh, ich habe es jetzt Ys genannt, Entschuldigung, ich wollte es jetzt eigentlich Ya genannt haben. So, jetzt macht das Ganze mehr Sinn, also Ya. Also, wir sehen schon, unsere Achse Ya hat jetzt den Abstand A zu unserer Hauptachse Y. So, jetzt haben wir nur einen neuen Fall. Wir brauchen also eine neue Formel, denn vorher ging das immer ja mit unserem hier B mal H hoch 3 durch 12. In diesem Fall ist es ja eine andere Achse. Merkt euch dann, wenn ihr also eine andere Achse habt, also der Satz von Steiner mit dazu kommt, dann wird die Formel, nämlich für unser Flächenträgheitsmoment bezüglich der Ya-Achse, also Iya, ist dann gleich. Unser ganz normales Iy, also das ganz normale hier, B mal H hoch 3 durch 12, plus, und jetzt kommt es nämlich, Satz von Steiner hier, nochmal markieren am besten, a², also das kleine a, also der Abstand zu dieser Achse zum Quadrat, mal, so, mal a, also dem Flächeninhalt unserer Geometrie. So, jetzt wenden wir das mal kurz an, also unser Iy war ja hier unten, B mal H hoch 3 durch 12, ganz allgemein, das nehmt ihr einfach aus den Tabellen, also B mal H hoch 3 durch 12, so, plus, ja, a² steht hier ja schon, also nehme ich diesen Abstand hier zum Quadrat, also plus, a² kann so stehen bleiben, und mal Groß A, und Groß A wäre ja in diesem Fall wieder der Flächeninhalt, also H mal B, so, also mal H mal B. Also wie ihr seht, wenn ihr das Flächenträgheitsmoment bestimmen sollt, guckt erstmal, ob es wirklich auch bezüglich eurer Hauptachsen gemeint ist, wenn nicht, dürft ihr hier diesen steinerschen Anteil, also dieses Stück hier, nicht vergessen. Sonst gibt es Punkteabzüge und dann macht ihr dumme Fehler quasi wieder, die nicht sein bräuchten, weil es einfach Schema dann ist, das einfach durchzuführen, so schwer ist es ja nicht, dass man das noch berechnet, aber damit ihr jetzt Bescheid wisst. In einem anderen Video werde ich euch einfach noch ein Beispiel dazu zeigen, damit das noch klarer wird, aber ich hoffe, ich konnte euch erstmal so ein bisschen was dazu zeigen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Erfolg! Aufmerksamkeit und viel Erfolg!